Die BTS GmbH, der Bauer Unternehmensgruppe in Weilheim in Oberbayern, ist ein führender Anbieter für Neu- und Tauschturbolader. Mein Name ist Robert Wittig, in der BTS GmbH bin ich zuständig für das Qualitätsmanagement. Die BTS GmbH nutzt das Remanufacturing und die Wiederaufbereitung, Aufarbeitung von alten, defekten Turboladern. Diese standgesetzten Turbolader haben eine Erstausrüsterqualität und müssen durch ein Typenschild eindeutig lange, haltbar in rauer Umgebung gekennzeichnet werden. Wir nutzen dazu einen Loom Isola Mark FL. Dieses Gerät überzeugte durch die Bedienerfreundlichkeit, die Markierung und das Label der Turbolader, übernimmt eine integrative Arbeitsgruppe der Oberlandwerkstätten. Die Mitarbeiter mit Beeinträchtigung brauchen eine Maschine, die keine Fehler zulässt und somit kann uns das Loom-System eine fehlerfreie Herstellung unserer Typenschilder gewährleisten. Ich bin der Christoph, arbeite bei den Oberlandwerkstätten auf dem Außenarbeitsplatz für die Firma Bauer. Nach einer halben Stunde hatte ich es drin ungefähr und dann ist es wunderbar gelaufen. Und was ich auch gut finde, ist das Übersichtliche von dem System her. Sehr übersichtlich und einfach in der Bedienung, weil es gibt ja nur so drei, vier Felder und wir haben ja bei uns auch eine Anleitung nebenbei. Und da weiß ich nämlich genau, auf was ich drauf muss dann auch. Wenn man sich mit einem Laptop oder Tablet auskennt, ist es nicht mehr.